Hätte ich gerade fast angefangen aufzunehmen, ohne überhaupt das Mikrofon vom Gesicht zu haben. Wäre auch das erste Mal gewesen. Mal was Neues. Ja, letztes Mal, nachdem wir auf Nar Shaddaa waren. Was haben wir da gemacht? Was haben wir da gemacht? Fuck. Meine Güte. Auf jeden Fall irgendwas mit Kopfweltjägern. Und als wir vom Planeten weg sind, hat uns Jabba gefangen genommen und in so eine komische Grube geworfen, in der uns irgendein komisches Wesen-Ding auffressen will. Davon gehe ich zumindest mal aus. Vielleicht auch nur in der Luft zerreißen. Und wir, würde ich sagen, versuchen das zu verhindern. Jetzt, den kennen wir schon. Oh, und wir starten offensichtlich ohne Ausrüstung. Suchen die Navacard. Okay. Oh, Jen, ja klar, stimmt. Unsere Kollegin ist natürlich auch Gefangen genommen worden. So ein Mist aber auch. Und wir können alle nur hoffen, dass wir sie in einem eng anliegenden, goldenen, ja, aus Gold geschmiedeten Bikini sehen werden. Denn dafür sind wir alle Jabba heute noch dankbar. Okay. Ach du Scheiße. Ähm. Oh Gott. Ich frage mich, ob ich das überhaupt, äh, vielleicht soll ich auch einfach nur weglaufen. Keine Ahnung, ob ich das überhaupt umbringen kann, das Vieh. Aber ich versuch's mal. Ich bin schließlich... Ja, Mann! Ich kann grad nicht gleichzeitig moderieren. Ich muss mich grad schwer konzentrieren. Oh, yeah. Was geht ab, Bitches? Ich hab grad'n Dino totgeschlagen. Komm, mal, klar. Fängt ja gut an. Jetzt bin ich voll aufgehypt. Oh. Da ist jemand. Ich kann, äh, nicht sagen, ob der... Oh Gott, noch so viel. Oh nein! Oh, oh, fuck. Ich kann grad' überhaupt nicht einschätzen, ob der in meine Richtung guckt. Ich mach' mal... Ich hab' keine Ahnung, ob ich mich in diesem Spiel überhaupt an Leute anschleichen kann. Jetzt weiß ich, ob die Mechanik bietet, aber das sieht eigentlich ganz... Ja, Thermal-Detonatoren. Das ist doch schon, äh... Auf jeden Fall ein wenig... ...besser... ...als nichts. Okay. Hallo, du! Komm her! Nein! Au! Ah, 40. Uh! Okay. Ich hab' zwei Dinos verprügelt. Oh, ein blauer Schlüssel. Da komm' ich nicht dran. Was hat eigentlich, äh... Der gemacht. Aha. Okay, dann brauche ich den Schlüssel, der da oben liegt. Aha! Das hier sieht doch... Oh, wieder voller Energie, auch netz. Mhm. Minen. Okay. Oh! Ein Dicker. Wenn ich im Wolf wäre, Alter, würde ich zudem nach Hause gehen und sein... ...Haus umpusten. Oh, ja. Das war ein, äh, ein... ...Märchen-Börn. Selten. Äh, lauf, lauf, lauf! Oder ein, ein, oder, 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 oder in den, in den, äh... ...nordischeren Gebieten wird's auch als ein Gebrüder-Grim-Diss bezeichnet, was ich grad gemacht hab. Ist das überhaupt von denen? Ne, ne? Das passt überhaupt nicht. Hat ich mich jetzt voll zum Affen gemacht. Explodier! Ha! Voll pro. Ich spür's. Hm. Ihr seid halt mega schlecht, ey. Wenn ich das mal so sagen darf. Oh, nein! Was ist denn heute los? Es läuft viel besser als das letzte Level. Okay, geht nicht auf. Aber, okay, bis jetzt sind auch nicht diese... Ach, verdammt. Diese Arschlöcher aufgetaucht mit ihrem... Au, au, au. Jetzt wird weh getan. Ähm... Okay. Haben wir nicht jetzt wieder raus? Boah! Die, okay, die... Wenn sie denn mal treffen, haben sie ordentlich, äh... Joa. Treffen sie hart. Ah! Shit. Gott! Selbstbewusstsein... Hat ich verdient, wa? Bin arrogant geworden. Hm. Okay. Jetzt aber, oder? Ja. Es war auf jeden Fall ein unnötiges Leben, was ich da verloren hab, aber... Ja. Was sollen wir machen? Ah. Alter! Ich schwöre, ich hab gedrückt. Ich hab auf springen gedrückt. Die Taste hat nicht reagiert. Die Tastatur ist kaputt. Das ist nicht meine Schuld. So Gespräche hatte man immer, wenn man vor allem, wenn man ein Spiel mit einem Kumpel geteilt hat. Dann darf man halt nochmal, ne? Wenn's wirklich die Tastatur schuld war. Oh, das... Da hab ich nicht drauf geachtet, aber... Hat ja ganz gut funktioniert. War ja nicht noch... noch jemand? Hier waren noch zwei. Ah. Hi. Ich, äh... genau, ich bin mal hier. Hm. Hm. Bumm. Ah! Und Ausrüstung! Yay! Endlich wieder Waffengewalt! Mhm. Wo, wo, wo? Ja. Ja. Uh, mit Brücke und allem drum und dran. Ah. So was. Hm. Obwohl, vielleicht sollte ich die gar nicht alles mehr explodieren bringen. Vielleicht kann ich da... auch Gegner mit erwischen. Aber, naja. Ist mir zu riskant. Ich baue eh Scheiß und... bringe mich damit selbst um. Oh. Fies. Oh, da hinten ist auch noch einer. Hm. Und Schilde sind nicht grad... Ähm, wo war das? Ah. Oh nein! Das ist wieder einer von denen. Äh... Komm schon. Komm schon. Komm schon. Oder? War doch... Ja. War einer von denen. Shit. Ich hatte echt gehofft, dass die vielleicht einfach nur zum einen Level vorkommen. Aber... Nö. Sieht schlecht aus. Warte, ich will sie hassen. Warte, ich will sie hassen. Warte, ich will sie hassen. Wow. Bis jetzt haben sie mich nicht getroffen. Mal hin. Oh no. Roter Schlüssel. Okay. Oh, komm schon. Dumme Wichser. Was soll denn die Scheiße? Das ist doch einfach vom Gameplay her unfair. Die Hölle sollen uns was wissen. Oh, nein, 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 lauf, lauf, lauf. Shit. Großartig. Mann, 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 Mann. Okay, das war nicht unfair, das war... Das hätte ich besser lösen können. Aber die Minen waren unfair. Okay. Okay. Gott, verdammt. Oh, Gott. Ich hab grad, äh, einfach mal spontan vergessen, dass die Thermal-Determatoren werfen, was sie von Anfang an getan haben. Fuck. Oh, nein, Mine. Jesus Christ, Mann. Das hier ist doch echt, äh, ja. Viel Scheiße kriegt hier rum in dieser Festung. Was soll das eigentlich, ja? Hab Jabba nicht irgendwie so ein bisschen Angst, dass seine eigenen Leute da dauernd reinlaufen? Wenn der überall einfach so in seinen eigenen Festungen Minen verteilt? Oh, was, was, was? Oh, oh, von oben? Ah, ja, von da. Ähm, ich will aber erst die Mine ausschalten, trotzdem. Und... Blasten wir die mal weg, würde ich sagen. Damn. Ist der einzige? Nein. Ähm... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo ist die? Wo ist die? Ah. Okay. Gehen wir mal davon aus, dass ich den erwischt hab. Okay. Oh, extra leben, extra leben, extra leben. Will ich haben, will ich haben. Oh, oh. Bitch. Oh, Jesus. Woher kam der jetzt wieder? Ah, ja. Äh, noch einer? Komm, komm, komm. Trau dich. Trau dich. Oh Gott. Wäre ich fast reingelaufen. Mann, Mann, Mann. Diese Waffe dafür, dass die... Die ist schon krass. Also, äh, eigentlich relativ geringer Energieverbrauch dafür, wie krass die ist. Äh. Voll tolle Beschreibung, wie krass die ist. Die schießt weit und sehr präzise. Das wollte ich damit ausdrücken. Ich muss an dieses Extra-Leben kommen. Ach so, okay. Okay. Muss man schnell sein. Vielleicht auch noch in die richtige Richtung springen, wäre ganz praktisch. Oh, wir haben hier wieder von oben beschossen. Hm. 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 Special Shot. Bäm. 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 Ich meine, ja, ich gebe zu, das wäre jetzt ein bisschen feiger, als mich mit dem Vieh zu prügeln, aber meine Güte. Oh Gott. Ja, ich hoffe, dass es wieder die Befürchtung ist, dass ich dieses Level ein zweites Mal werde spielen müssen. Wenn ich nicht irgendwie in dieses Extra-Leben komme. Oder das Level unerwartet schnell vorbei ist. Oh, Schilde. Unvermiente Schilde. Ich glaube es ja nicht. Da ist irgendwer. Versuchen wir das mal. Oh Gott. Mann. So ganz runter wollte ich jetzt nicht. Hm. 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 Was ist denn das? Hm. 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 Ach so. Was ist denn das? Hm. Hm. Der ist da. Hm. Gelber Schlüssel. Das ist so ein Arsch mit so einer Waffe, oder? Der ist auch noch da drin geschützt. Ich glaube es ja nicht. Was? Nee. Schwein. Nur ein Schwein. Nee, warte da ist er, da ist er. Komm, komm. Störp, 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 jetzt. Oh. Okay, der hätte mich jetzt umbringen können. Oh, was haben wir denn hier? Äh. Wieder nicht wirklich zu sagen, ob Todesfalle oder, äh, ob es da weiter geht. Okay. Ein sich nicht bewegender Aufzug. Oder vielleicht sieht es zumindest so aus. Hm. Ich würde sowieso gerne, ich möchte dieses Extra-Leben nicht verpassen. Hier kann man nicht drauflaufen. Ich habe es jetzt echt nicht gesehen, wie ich da drankommen könnte. Hm, hm, hm. 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 Und springen hier runter. Döp, 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 döp. Oh nein. Nicht im Ernst. Nein. Ich wollte euch nie wieder sehen. Oh, okay. Aha. Ah, Energie. Hi. Oh, au. Au, what the fuck. So nah war ich jetzt aber nicht dran. Ach, komm. Sagt die Uhr eigentlich, ja, fünf Minuten. Ein Router-Tunnel. Hm. Oh, ihr blöden Schweine. Das ist doch unglaublich ist das. Das ist doch unglaublich ist das. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir uns an einer wichtigen Stelle nähern. Dieser rote Tunnel, der hat irgendwie sowas an sich. Und ich würde sagen, das verschieben wir auch das nächste Mal. Und ja, wieder wie letztes Mal sollte das Video, sollte die Mission noch sehr viel weniger lang sein. Ich denke, und wir insgesamt noch 35 Minuten kommen oder so, werde ich es wieder zusammenschneiden. Und dann machen die nächsten Worte, die Verabschiedung und so keinen Sinn, aber ist ja egal. Falls dem nicht so ist, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Macht's gut.